Bei einem Besen handelt es sich um einen Gebrauchsgegenstand zum Zusammenkehren von Schmutz und Unrat von Böden. Es gibt vielerlei Arten von Besen. Da wäre der ergonomische Handbesen, der sperrige, für große Flächen vorgesehene große Besen, und natürlicher der Rutenbesen. Der Rutenbesen wird häufig auch von Hexen zum Fliegen benutzt. Weshalb keine Hexe auf einem Handbesen fliegt, ist nicht erforscht. Im Haushalt eingesetzte Besen bestehen aus einem Stiel, einem Riegel und vielen Bursten. Da es nur drei Bauteile sind, kann man es sich gut merken. Stiel, Riegel, Bursten. Stiel, Riegel, Bursten. Stiel, Riegel, Bursten. Für den hochinteressierten Freund des Besens bietet es sich an, das Museum Besenwelten in Fünzburg zu besuchen. Dort kann man noch sehr viel mehr lernen. Deshalb mögen wir Günzburg und Besen im Allgemeinen.